Hi, Tommaso. Ich bin so schnell gekommen wie möglich. Was gibt es denn? Wir haben einen riesen Auftrag reinbekommen. Sehr gut, sehr gut. Was ist es? Alberto muss in einer Stunde folgende Bitzen liefern. Hier ist der Bestellzettel. Siebenmal Pizza Hawaii. Fünfmal Pizza Tonno. Dreimal Pizza Pacifica. Hervorragend, oder? Nein, leider sind alle meine Vorräte aus. Keine Ananas, keinen Thunfisch, kein Käse, keine Tomaten. Alles aus. Wie viel muss ich jetzt kaufen in so kurzer Zeit? Kannst du Alberto helfen auszurechnen, wie viele Zutaten er nun möglichst effizient kaufen muss? Ja klar, das kannst du doch ganz einfach mit einer Matrix-Multiplikation machen. Dich schickt der Himmel. Was ist eine Matrix-Multiplikation? Dazu müssen wir erst einmal klären, was eine Matrix ist. Eine n mal m Matrix ist eigentlich nichts anderes als eine Tabelle mit n Zeilen und m Spalten, in der Zahlen stehen. In unserem Fall müssen wir eine Tabelle machen, in der alle Zutaten für die Pizza stehen. Okay, okay. Und was kaufe ich jetzt? Also für eine Pizza Hawaii brauche ich anderthalb Scheiben Ananas, zwei Scheiben Käse und eine halbe Tomate. Für eine Pizza Donno benötige ich eine Dose Thunfisch, zwei Scheiben Käse und eine halbe Tomate. Und für die Pizza Pacifica brauche ich eine Dreiviertelscheibe Ananas, eine halbe Dose Thunfisch, drei Scheiben Käse und eine Tomate. Okay, dann schreiben wir das einmal in eine Tabelle. Das geht ganz schnell. Die Zeilen der Tabelle geben die Art der Pizza an. Die Spalten bezeichnen die einzelnen Zutaten. Sehr gut! Die Matrix, um die es hier geht, ist also die 4x3-Matrix A, welche folgende Einträge besitzt. In Zeile 1, 3 halbe, 0, 3 viertel, in Zeile 2, 0, 1, 1 halb, in Zeile 3, 2, 2, 3 und in Zeile 4, 1 halb, 1 halb, 1. Matrizen werden im Allgemeinen mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet, also beispielsweise A. Man kann Matrizen auch mit runden Klammern schreiben, aber wir werden bei den Vektoren die eckigen Klammern benutzen. Neben der Matrix, die aus der Zutatentabelle entsteht, benötigen wir noch eine Matrix, in der die Anzahl der bestellten Pizzen steht. Also B mit den Einträgen 7, 5 und 3. Dies ist eine 3x1-Matrix, die wir auch einfach als Vektor in R3 auffassen können. Wir werden diesen Vektor mit dem kleinen Buchstaben b bezeichnen. Wichtig hierbei ist, dass der Vektor b genauso viele Zeilen enthält, wie die Matrix A spalten und dass die Reihenfolge der dazugehörigen Pizzen jeweils gleich ist. Also wenn in der ersten Spalte von a die Zutaten für eine Pizza Hawaii stehen, so muss in der ersten Zeile bzw. dem ersten Eintrag von b die Anzahl der Pizza Hawaii stehen, die bestellt wurden. Wenn in der zweiten Spalte von a die Zutaten für eine Pizza Tono stehen, so muss in dem zweiten Eintrag von b die Anzahl der Pizza Tono stehen. Und wenn in der dritten Spalte von a die Zutaten für eine Pizza Pacifica stehen, so muss in dem dritten Eintrag von b die Anzahl der Pizza Pacifica stehen. Um die insgesamt benötigten Zutaten zu ermitteln, genügt es jetzt die Matrixmultiplikation a mal b auszuführen. Genauer gesagt die Matrixvektormultiplikation a mal b, denn b ist ja ein Vektor aus dem R3. Dazu müssen wir zunächst einmal überprüfen, ob die Matrix A und der Vektor b auch die richtige Größe haben. Die Matrix A ist eine 4x3-Matrix und b ein Vektor aus dem R3. Die hintere Zahl bei einer Matrix, 3, stimmt also mit der Länge des Vektors b überein. Das ist genau die Bedingung, die wir überprüfen müssen und bedeutet, dass die Matrix genauso viele Spalten hat wie der Vektoreinträge bzw. dass die Zeilen der Matrix genauso lang sind wie der Vektor. Das ist wichtig, denn die Matrixmultiplikation funktioniert immer nach dem Motto Zeile mal Spalte. Als Ergebnis erhalten wir erneut einen Vektor. Das erste Element dieses Vektors erhalte ich, indem ich die Elemente der ersten Zeile mal die Elemente des Vektors rechne und alles aufaddiere. Also 3 halbe mal 7 plus 0 mal 5 plus 3 viertel mal 3. Wir benötigen also insgesamt 12 Ganze und eine 3 viertel Scheibe Ananas. Das zweite Element dieses Vektors erhalten wir, indem wir die Elemente der zweiten Zeile mal die Elemente des Vektors rechnen und alles aufaddieren. Also 0 mal 7 plus 1 mal 5 plus 1 halb mal 3. Das ergibt 6 halb. Wir benötigen also 6 halb Dosen Thunfisch. Für das dritte Element müssen wir die Elemente der dritten Zeile mit den Elementen des Vektors mal nehmen und aufaddieren. Also 2 mal 7 plus 2 mal 5 plus 3 mal 3 ist gleich 33. Wir brauchen also 33 Scheiben Käse. Das vierte Element des Vektors erhalten wir, indem wir die Elemente der vierten Zeile mit den Elementen des Vektors mal nehmen und aufaddieren. Also 1 halb mal 7 plus 1 halb mal 5 plus 1 mal 3. Wir benötigen also 9 Tomaten. Beachte, dass der Vektor B zwar ein dreidimensionaler Vektor ist, das Ergebnis von A mal B aber ein vierdimensionaler Vektor. Das liegt darin, dass A eine 4 mal 3 Matrix ist. Wenn A vier Zeilen hat, dann ist das Ergebnis der Matrixvektormultiplikation ein vierdimensionaler Vektor. Außerdem wissen wir schon, dass wenn A drei Spalten hat, wir A nur mit einem dreidimensionalen Vektor mal nehmen können. Allgemein gilt, ist A eine M mal N-Matrix und wollen wir die Matrixvektormultiplikation A mal B ausführen, so ist das nur möglich, wenn B ein N-dimensionaler Vektor ist. Das Ergebnis ist in diesem Fall ein M-dimensionaler Vektor. Okay, ich glaube, diese Matrixvektormultiplikation habe ich verstanden. Das ist sehr gut, denn ich habe bereits die Bestellungen für nächste Woche erhalten. Dann muss ich einfach fünfmal eine Matrixvektormultiplikation ausführen und schon weiß ich, welche Zutaten ich jeden Tag brauche. Genau, du kannst aber auch gleich eine Matrix-Matrix-Multiplikation ausführen. Klingt ja gleich noch besser, Matrix-Matrix. Oh Gott, das klingt schon wieder so kompliziert. Ist es aber nicht. Na bitte! Im Grunde genommen ist es nichts anderes, als mehrere Matrixvektormultiplikationen nebeneinander geschrieben. Zunächst brauchen wir eine Matrix B, in der wir die Bestellungen für jeden Tag notieren. Dazu schreiben wir wieder eine Tabelle. Senkrecht notieren wir wieder die Pizzasorten und waagrecht die Wochentage. Hm, okay. Meine Bestellungen sehen dann also so aus. Okay, dann ist die Matrix, die wir brauchen, jene mit den Zeilen 1, 0, 5, 1, 9, 2, 5, 5, 6, 8 und 4, 1, 4, 4, 6. Wir nennen die Matrix im Folgenden B, aber ein großes B. B ist eine 3x5-Matrix. Das ist gut, denn A war ja eine 4x3-Matrix. Um das Produkt von A mal B berechnen zu können, muss die Anzahl der Spalten von A, also 3, mit der Anzahl der Zeilen von B übereinstimmen. Das Ergebnis, nennen wir es C, hat dann genauso viele Zeilen wie A und genauso viele Spalten wie B. Allgemein können wir deine N mal M-Matrix A mit einer M mal K-Matrix B multiplizieren und erhalten dann eine N mal K-Matrix C. Hier muss also die gleiche Zahl stehen. Beachte, dass diese Regel als Spezialfall die Matrix-Vektor-Multiplikation enthält. Eine N mal M-Matrix mal eine M mal 1-Matrix ergibt eine N mal 1-Matrix. Da eine M mal 1 bzw. N mal 1-Matrix nichts anderes ist als ein M- bzw. N-dimensionaler Vektor, erhalten wir wieder die gleichen Bedingungen wie zuvor. Und die Matrix-Matrix-Multiplikation funktioniert im Prinzip genauso wie die Matrix-Vektor-Multiplikation. Also Zeile mal Spalte und zwar wird dabei die i die Zeile von A mit der j Spalte von B komponentenweise multipliziert. Der Eintrag der Matrix C in Zeile i und Spalte j ist dann das Ergebnis dieser Komponentenweisen-Multiplikation. Wenn man das Ganze etwas übersichtlicher haben möchte, kann man die Matrizen auch wie folgt aufschreiben. Links steht die Matrix A und oben die Matrix B. In der Mitte werden wir die Matrix C hinschreiben. Das Gute an dieser Art des Aufschreibens ist, dass das Matrix-Element von C in der i-ten Zeile und j-ten Spalte genau dort steht, wo sich die verlängerte i-te Zeile von A und die verlängerte j-te Zeile von B treffen. Wenn wir also das Element von C in der ersten Zeile und ersten Spalte berechnen wollen, müssen wir die Elemente der ersten Zeile von A mit den Elementen der ersten Spalte von B malnehmen und aufaddieren. Also 3 halbe mal 1 plus 0 mal 2 plus 3 viertel mal 4 ist gleich 4,5. Wenn wir das Element von C in der zweiten Zeile und vierten Spalte berechnen wollen, müssen wir die Elemente der zweiten Zeile von A mit den Elementen der vierten Spalte von B malnehmen und aufaddieren. Also 0 mal 1 plus 1 mal 6 plus 1 halb mal 4 ist gleich 8. Auf diese Weise erhalten wir die Matrix C. Die Spalten stehen für die Wochentage, die Zeilen für die Zutaten. Wir wissen beispielsweise, dass wir am Mittwoch 32 Scheiben Käse benötigen. Okay, aber wirklich einfacher als mit der Matrix-Vektor-Multiplikation ist das nicht. Hm, nein, aber auch nicht schwerer. Wie gesagt, eigentlich führen wir fünf Matrix-Vektor-Multiplikationen durch und schreiben die Ergebnisse einfach nebeneinander in einer neuen Matrix. Die ganze Sache wird dadurch aber etwas übersichtlicher. Die Matrix-Matrix-Multiplikation ist doch in vielen anderen Situationen hilfreich. Aber das können wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit besprechen. Herrschaftszeiten! Wo ist nun der Zettel mit den heutigen Bestellungen hin? Oje, woher sollen wir denn nun wissen, welche Pizzen wir machen müssen? Du hast ja gerade eben mitgerechnet. Ja, ich habe die Zutaten mit der Matrix-Vektor-Multiplikation berechnet, so wie du es mir gesagt hast. Können wir jetzt wissen, von welcher Pizza wir wie viel backen müssen? Nur die Ruhe. Erzähl mal genau, was du gemacht hast. Eventuell können wir die Bestellungen ja rekonstruieren. Okay. Also zuerst habe ich wieder eine Zutaten-Matrix A aufgestellt, wie beim letzten Mal. Auf die Tomate habe ich aber verzichtet, weil ich erst gestern eine größere Lieferung Tomaten bekommen habe. Ich musste also nur noch Ananas, Thunfisch und Käse einkaufen. Dann sieht deine Matrix A genauso aus, wie gerade eben. Nur, dass scheinbar deine vierte Zeile fehlt. Kann sein. Schau, meine Matrix lautet, dann habe ich die Bestellungen genommen, und in einen Vektor B geschrieben. In die erste Komponente, die Anzahl der Pizza Hawaii. Dann die Pizza Tonno und zum Schluss in die dritte Komponente, die Anzahl der Pizza Pacifica. Dann habe ich die Matrix-Vektor-Multiplikation A mal B ausgeführt und als Ergebnis den Vektor 6, 9, 30 bekommen. Somit habe ich für den Einkaufszettel sechs Scheiben Ananas, neun Dosen Thunfisch und 30 Scheiben Käse aufgeschrieben. Doch nun ist anscheinend der Bestellzettel weg. Okay, also, was hast du denn genau gemacht? Du hast die Matrix A und den Vektor B genommen und die Matrix-Vektor-Multiplikation A mal B gleich C ausgeführt. Jetzt kennen wir die Matrix A und den Vektor C und wollen den Vektor B erhalten. Genau. Irgendwie müssen wir die Matrix-Vektor-Multiplikation umkehren. Gibt es vielleicht so etwas wie eine Matrix-Vektor-Division? Um Himmels Willen, bloß das nicht. Ich habe in der Klausur Lineare Algebra für Pizza-Pekker mal geschrieben, dass ich durch eine Matrix teilen möchte und bin deswegen prompt durchgefallen. Nein, das war ein Scherz. Aber dennoch, merke, niemals durch eine Matrix teilen. Aber es gibt etwas, was deiner Idee sehr nahe kommt. Die inverse Matrix. Die inverse Matrix wird mit A hoch minus 1 bezeichnet und erfüllt A mal A hoch minus 1 beziehungsweise A hoch minus 1 mal A ergibt die Einheitsmatrix. Das ist die Matrix mit den Einträgen 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Invers. Klingt auch nicht schlecht. Machen wir es so, aber nur schnell, ja? Das geht auch in anderen Dimensionen, solange die Matrix A genauso viele Zeilen wie Spalten hat. Also hatten wir schon mal Glück, dass du die Tomaten in deiner Rechnung nicht mit berücksichtigt hast, denn sonst wäre A keine 3 mal 3, sondern eine 4 mal 3 Matrix und A hoch minus 1 würde nicht existieren. Da müssten wir uns was anderes überlegen. Selbst wenn die Matrix genauso viele Zeilen wie Spalten hat, muss die inverse Matrix nicht existieren. Das ist wie bei den reellen Zahlen. Da dürfen wir auch nicht durch Null teilen, bloß viel schlimmer, weil es unendlich viele Matrizen gibt, die keine inverse Matrix besitzen. Zum Glück ist das bei unserer Matrix A nicht der Fall. Okay, aber wie berechne ich denn jetzt die inverse Matrix? Dazu schreiben wir die Matrix A noch einmal auf, ziehen einen senkrechten Strich und schreiben auf der rechten Seite die Matrix mit den Einsen auf der Diagonalen. In etwa so. Ziel ist es jetzt, die Matrizen so zu verändern, dass links die Matrix mit den Einsen auf der Diagonalen und Null sonst steht. Dabei sind nur zwei Dinge erlaubt. Erstens, alle Elemente einer Zeile dürfen mit der gleichen Zahl multipliziert werden. Und zweitens, das Vielfach einer Zeile darf zu einer anderen Zeile hinzuaddiert werden. Andere Sachen, etwa Manipulation der Spalte, sind verboten. Schauen wir mal. Links oben steht 3 halbe. Hier hätten wir gerne 1. Also multiplizieren wir alle Elemente der ersten Zeile mit 2 Drittel. Es ist immer gut, diese Rechnungen kurz zu notieren, um den Überblick zu behalten. Sonst wird es sehr schwer, irgendwas nachzuvollziehen und Fehler zu finden. Wir erhalten also das folgende Zwischenergebnis. Die Elemente der ersten Zeile wurden alle mit 2 Drittel mal genommen. Der Rest hat sich nicht geändert. Als nächstes betrachten wir das Element links unten. Hier steht eine 2. Wir hätten aber gerne eine 0. Also ziehen wir von der dritten Zeile die erste Zeile zweimal ab. Moment mal. Du hast doch vorhin gesagt, dass nur zwei Sachen erlaubt sind. Zeilen mit Zahlen multiplizieren und Vielfaches von Zeilen hinzuaddieren. Von Abziehen war nicht die Rede. Das ist doch das Gleiche. Wir addieren das Minus-Zweifache der ersten Zeile zur dritten Zeile. Ah, okay. Okay, also dritte Zeile minus zweimal die erste Zeile. Dann erhalten wir das folgende Zwischenergebnis. Als nächstes betrachten wir die 2 in der Zeile 3 und Spalte 2. Auch hier hätten wir gerne eine 0. Also rechnen wir die dritte Zeile minus zweimal die zweite Zeile und erhalten folgendes Zwischenergebnis. In der ersten Zeile, dritte Spalte, hätten wir statt ein halb gerne 0. Also erste Zeile minus ein halb mal die dritte Zeile. In der zweiten Zeile, dritte Spalte, hätten wir statt ein halb gerne ebenfalls 0. Also zweite Zeile minus ein halb mal die dritte Zeile. Auf der linken Seite stehen nun Einsen auf der Diagonalen und ansonsten nur Nullen. Sprich, wir sind fertig. Auf der rechten Seite steht nun die inverse Matrix von A. A hoch minus 1 mit den Einträgen vier Drittel, eins, minus ein halb, zwei Drittel bei minus ein halb und minus vier Drittel, minus zwei, eins. Wenn wir überprüfen wollen, ob wir richtig gerechnet haben, können wir zur Probe einfach A mal A hoch minus 1 oder A hoch minus 1 mal A ausrechnen. 3 halbe mal vier Drittel plus 0 mal zwei Drittel plus 3 viertel mal minus vier Drittel ist 1. 3 halbe mal 1 plus 0 mal 2 plus 3 viertel mal minus 2 ist 0. 3 halbe mal minus ein halb plus 0 mal minus ein halb plus 3 viertel mal 1 ist 0. In der nächsten Zeile erhalten wir 0 mal 4 Drittel plus 1 mal 2 Drittel plus 1 halb mal minus vier Drittel ist 0. 0 mal 1 plus 1 mal 2 plus 1 halb mal minus 2 ist 1. Und 0 mal minus ein halb plus 1 mal minus ein halb plus ein halb mal 1 ist ebenfalls 0. Und in der letzten Zeile erhalten wir 2 mal 4 Drittel plus 2 mal 2 Drittel plus 3 mal minus 4 Drittel ist 0. 2 mal 1 plus 2 mal 2 plus 3 mal minus 2 ist 0. Und zu guter Letzt 2 mal minus ein halb plus 2 mal minus ein halb plus 3 mal 1 ist 1. Wir erhalten also die Matrix mit Einsen auf der Diagonalen und 0 sonst. Das heißt, unsere Inverse Matrix ist richtig. Mhm. Und mit dieser Methode kann ich immer die Inverse Matrix bestimmen. Immer, wenn sie existiert. Wenn sie nicht existiert, dann kommt man irgendwann zu einem Schritt, an dem es nicht weitergeht. Beispielsweise, wenn in der Matrix eine Nullzelle steht. Es gibt Methoden, um vorher zu überprüfen, ob eine Matrix eine Inverse Matrix besitzt. Aber das soll uns an dieser Stelle nicht interessieren. Und was habe ich davon, dass ich a hoch minus 1 kenne? Naja, unser Problem war ja, dass wir in der Gleichung a mal b gleich c den Vektor b nicht kennen. Wir können jetzt auf beiden Seiten von links mit a hoch minus 1 multiplizieren. Dann lautet die Gleichung a hoch minus 1 mal a mal b ist gleich a hoch minus 1 mal c. Wir wissen aber schon, was a hoch minus 1 mal a ist, nämlich die Einheitsmatrix. Also haben wir Einheitsmatrix mal b ist gleich a hoch minus 1 mal c. Und was ist die Einheitsmatrix mal b? Das ist wieder b, denn die Matrixvektormultiplikation der Matrix mit Einsen auf der Integrionalen und ansonsten nur Nullen und einem Vektor ergibt, wie man hier schön erkennen kann, wieder genau diesen Vektor. Wir halten b ist gleich a hoch minus 1 mal c. Auf diese Art können wir b berechnen. Wir setzen für b a hoch minus 1 mal c ein und berechnen das Matrixvektorprodukt. Also 4 Drittel mal 6 plus 1 mal 9 minus 1 halb mal 30, 2 Drittel mal 6 plus 2 mal 9 minus 1 halb mal 30 und minus 4 Drittel mal 6 minus 2 mal 9 plus 1 mal 30. Wir erhalten den dreidimensionalen Vektor 2, 7 und 4. Bestellt wurde also 2 mal Pizza Hawaii, 7 mal Pizza Tonno und 4 mal Pizza Pacifica. Wenn wir wollen, können wir noch eine Probe machen. Dazu berechnen wir das Matrixvektorprodukt der Matrix A und des soeben berechneten Vektors b. Also 3 halbe mal 2 plus 0 mal 7 plus 3 Viertel mal 4 ist gleich 3 plus 0 plus 3 ist gleich 6. 0 mal 2 plus 1 mal 7 plus 1 halb mal 4 ist gleich 9 und 2 mal 2 plus 2 mal 7 plus 3 mal 4 ist gleich 30. Es kommt also tatsächlich dein Vektor c raus. Sehr gut, dann kann ich endlich anfangen mit dem Pizza backen. Na endlich, jetzt aber schnell.